24. Tim ist nicht nur für seine offene und charmante Art bekannt, sondern auch für seinen Kleidungsstil. Nun äußert er sich ganz bewusst dazu. Wenn es eines gibt, wofür ihn die Fans lieben, dann ist es seine weltoffene Art und Weise in der heutigen Zeit aufzufallen. Gerade in seinen Musikvideos wird es deutlich, dass er sich überhaupt nicht dafür schämt, auch mal als Frau gekleidet und geschminkt zu sein. Und auch wenn seine Fans dem positiv gestimmt sind, so werden immer mal wieder einige Stimmen laut, die gerade das kritisieren. Sie sagen sowas wie, wie kann der eine Frau daten? Das muss doch Fake sein. Der ist sicherlich schwul, so feminin wie er ist. Solche Aussagen findet 24Tim überhaupt nicht gut. In einem Statement sagt er dazu, solche Kommentare sind die besten. Wer zur Hölle hat die Dreistigkeit überhaupt erfunden? Nur weil ich ein Kleid trage, kann ich also nicht mit einer Frau schlafen oder sie daten? Sowas ist so veraltet. Stellt euch vor, ich kann Make-up tragen und trotzdem eine Frau küssen. Wie seht ihr das? Findet ihr das gut, wie 24Tim damit umgeht? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.